Das Betriebssystem iOS 8 von Apple kann man kostenlos auf iPad, iPhone und iPod Touch herunterladen. Und wenn ihr es auf euer iPad installiert, dann bekommt ihr tolle neue Funktionen oder auch verbesserte Funktionen, die ihr schon kennt. Ich demonstriere euch das Ganze jetzt mal hier am iPad. Grundsätzlich funktionieren aber die Dinge, die ich euch hier am iPad zeige, natürlich auch auf dem iPhone. Das heißt, das kann man also eins zu eins anwenden. So, wir legen mal los mit der verbesserten Kamera am iPad. Viele machen ja doch Fotos am iPad, was ich am Anfang ehrlich gesagt nicht so gedacht hätte. Und jetzt gibt es da viele, viele Funktionen, die ihr vielleicht auch schon vom iPhone kennt, endlich auch am iPad. Hier unten kann man ja das Kontrollzentrum mit so einem Wisch rausholen. Dann kann man dann hier direkt auf die Kamera mal drauf tippen. Und dann schauen wir mal zusammen, was es da für tolle neue Funktionen gibt. So, wir gehen mal hier von oben nach unten. Also ich meine Video und Foto machen, das kennt man ja schon. Das habt ihr bisher schon gemacht am iPad. Und jetzt kommt eben eine neue Funktion dazu beim Foto machen. Und die taucht hier oben auf. Hier drei Sekunden, da seht ihr es. Und zwar ist das ein Selbstauslöser. Ja, das heißt also, ihr könnt jetzt hier einen Intervall einstellen von drei Sekunden oder zehn Sekunden. Andere Optionen gibt uns Apple leider nicht. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel auch drei Sekunden stellen. Tippt ihr auf die drei. Und jetzt seht ihr, jetzt ist der Selbstauslöser eingestellt. Jetzt könnt ihr hier mal, jetzt seht ihr natürlich nur schwarz, weil das iPad hier im Hintergrund die Kamera ins Nichts zeigt. So, ihr seht ja drei, zwei, eins, zack. Und dann macht ihr automatisch ein Foto. Das heißt also, ihr könnt Fotos von euch selbst machen, zum Beispiel, oder von einer Gruppe von Leuten, wenn ihr das iPad irgendwo aufstellt. Und zusätzlich gibt es zum Beispiel auch noch diese HDR-Funktion hier. HDR steht für High Dynamic Range, also ein Bild mit hohem Dynamikumfang. Und damit könnt ihr richtig tolle Fotos machen. So, zusätzlich gibt es auch noch eine neue Funktion, die ihr vom iPad kennt, am iPad. Die heißt Panorama. Das ist jetzt hier, da müsst ihr das iPad praktisch hochkant halten. Und dann so einmal, wie der Pfeil das sagt, so von links nach rechts, so durch die ganze Szenerie filmen. Und dann kriegt ihr so ein richtig schönes Panorama-Foto. So, und jetzt schauen wir mal, ob ich hier euch mal die letzten Fotos zeigen kann. Genau, das Schwarze wollen wir nicht sehen. Aber hier sowas zum Beispiel, da kriegt ihr mal ein Beispiel dafür. So sieht zum Beispiel so ein Panorama-Foto aus. Dann könnt ihr also so eine ganze Skyline hier zum Beispiel mal filmen. Oder eben hier so eine Landschaft, so eine komplette. Und so HDR-Fotos sind zum Beispiel solche Fotos hier. Also das sind jetzt nicht welche, die ich mit dem iPad gemacht habe. Aber das gibt euch so ein bisschen den Eindruck, ja, das ist jetzt sehr stark bearbeitet mit diesem HDR-Modus. Gibt euch ein bisschen Eindruck, was denn diese Kamera oder was dieser HDR-Modus denn so bedeutet. Wenn wir schon gerade bei der Kamera sind, dann kann ich euch auch gleich nochmal die neue Fotos-App zeigen. Da gibt es nämlich auch wirklich viele, viele Verbesserungen. In der neuen Foto-App kann man jetzt dank intelligenter Bearbeitungswerkzeuge schnell die Belichtung, die Farbe optimieren, zum Beispiel auch den Horizont begradigen. Jetzt gehe ich da mal hier in so ein Foto rein und dann könnt ihr rechts oben auf Bearbeiten gehen. Ja, das muss ich jetzt nochmal duplizieren, um es zu bearbeiten. Und jetzt können wir mal hier drauf tippen und dann können wir mal sehen, hier ist zum Beispiel der Horizont vielleicht ein wenig schräg. Dann könnt ihr ganz einfach hier den Horizont so oder so oder so gerade drehen. Zack. Und schon habt ihr den Horizont begradigt. Dann gehen wir rechts oben auf den Pfeil, um das sozusagen zu übernehmen. Jetzt gehen wir da nochmal rein in die Bearbeitung und sehen hier unten einen neuen Regler. Und da gibt es jetzt ganz viel. Da könnt ihr wirklich ausführlich eben mit so individuellen Werkzeugen hier Licht bearbeiten. Und das geht nicht nur mit so einem einfachen Lichtregler, sondern ihr bekommt sogar hier noch die Möglichkeit, genau die Belichtung, die Glanzlichter, den Schatten, die Helligkeit, Kontrastwerte und so weiter. Einfach durch tippen, dann hier mit dem Schieberegler hoch und runter dann zu bearbeiten. Und das Ganze geht dann auch noch komplett mit allen möglichen Farben. Und hier eben Sättigung, Kontrast, Farbstich und dann eben auch noch mit verschiedenen Schwarz-Weiß-Effekten. Und ihr kennt vielleicht die iPhoto-App, da habt ihr das vielleicht bisher gemacht. Die iPhoto-App wird jetzt komplett ersetzt eben von dieser Photos-App. Also ihr braucht iPhoto nicht mehr und könnt jetzt alle diese ganzen Bearbeitungsfunktionen eben in der Photos-App machen, was ich sehr toll finde. Die Karten-App hat eine ganz tolle neue Funktion bekommen. Wir gehen mal in die Karten-App. Und dann kann ich euch als erstes sagen, um an diese Funktion zu kommen, geht ihr rechts unten auf das I in diese Hybrid-Ansicht. Und dann tippen wir oben zum Beispiel mal ein Paris. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich gehe auf Paris-Frankreich. Da gibt es jetzt hier so einen neuen Bereich, der dann auftaucht. Und der heißt hier 3D-Flyover-Tour über Paris. So, und das machen wir jetzt mal. Da drücken wir mal Start. Und jetzt passiert was richtig Tolles. Und zwar könnt ihr sozusagen wie so einen virtuellen Städtetrip machen. Eine virtuelle Stadtbesichtigung, ja. Und zwar wirft ihr euch von Stück, Stück für Stück, jetzt ohne, dass ich irgendwas tun muss. Ihr seht also, meine Hände berühren nicht den Bildschirm. Zeigt er euch jetzt die Sehenswürdigkeiten von Paris. Und ihr könnt so ein bisschen durch Paris sozusagen fliegen. Wie mit so einem Hubschrauber, aber ganz nah dran. Und dann zeigt er euch jetzt zum Beispiel hier den Eiffelturm. Und hat wirklich tolle Kamerafahrten. Und das in Kombination mit diesen 3D-Gebäuden. Ich hoffe, ihr erkennt das ein bisschen auf einem Video. Das sind so richtig, richtig schöne 3D-Gebäude. Und man bekommt richtig einen guten Eindruck, als würde man wirklich ein bisschen so mit so einem Hubschrauber jetzt ganz nah hier an den Louvre, in dem Fall jetzt zum Beispiel, ranfliegen. Und dann fährt er eben so einmal rundherum mit der Kamera, damit man einen guten Eindruck bekommt. Jetzt zum Beispiel hier vom Louvre. Und danach fliegt er zur nächsten Sehenswürdigkeit. Also eine richtig tolle Sache, um sich so ein bisschen, bevor man einen Städtetrip plant, so ein bisschen die Stadt vorher anzugucken. Oder um vielleicht mal Städte zu sehen, zu denen man niemals hinreisen wird. Viel Spaß mit Flyover. Die Suche kennt ihr vielleicht bisher. Wenn ihr einfach von dem Homebildschirm aus hier mit dem Finger so nach unten streicht, dann taucht so ein Suchfeld auf. Und da könnt ihr dann eben im Prinzip euer ganzes iPad durchsuchen. Das heißt also, ihr könnt Kontakte durchsuchen, E-Mails, alles Mögliche. Und das wurde jetzt deutlich verbessert. Jetzt könnt ihr sogar nach interessanten Informationen im Internet suchen. Ich suche zum Beispiel mal, will ich mich über Elefanten informieren, nach Elefanten. Und was erfahre ich? Ich erfahre zum Beispiel hier direkt einen Wikipedia-Eintrag. Zack, da tippe ich einmal drauf und dann erfahre ich die wesentlichen Informationen rund um Elefanten. Und wenn ich den gesamten Artikel sehen möchte, tippe ich hier einmal drauf. Dann öffnet der automatische Safari und wirft mich dann eben auch direkt zu dem Artikel. Und er sucht auch gleich Filme in iTunes. Das heißt also, er schlägt mir vor, ey, zum Thema Elefanten gibt es hier in dem Film Wasser für die Elefanten. Kann ich mir direkt hier leihen oder kaufen? Ist eine richtig super Sache. Und was auch noch gut funktioniert, und zwar zeige ich euch das jetzt an dem Beispiel hier. Apple Store. So, und was passiert jetzt? Jetzt seht ihr als Ergebnis kommt zum Beispiel einmal die Apple Store Kontaktnummer, die ich mir in meinem Adressbuch gespeichert habe, eben wo ich zum Beispiel neue Produkte kaufen kann. Aber es wird zum Beispiel auch in der Karten-App angezeigt, wo der nächste Apple Store ist. Also, wenn ihr nach Restaurants sucht, wenn ihr nach Dingen in eurer Umgebung sucht, ja, also dann tippt ihr die einfach hier in die Suche ein und erfindet das. Also, ich habe auch mal getestet McDonald's und so, da findet ihr immer den nächsten McDonald's in der Nähe, wer Lust hat, dort hinzugehen. Und, und jetzt kommt der Kracher, das finde ich mit einer der besten Funktionen, er durchsucht sogar den App Store nach Apps. Das heißt also, wenn ihr nach Apps suchen wollt, müsst ihr gar nicht unbedingt in den App Store gehen, dort in die Suche und das dort eintippen. Nein, ihr sucht einfach hier und seht, er zeigt euch sofort, zack, an, es gibt die Apple Store App. Und, ähm, er öffnet direkt so ein Fenster vom App Store, also wirft euch nicht mal in den App Store, sondern ihr könnt direkt hier das runterladen oder kaufen. Richtig super Sache, die neue Suche kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, und es gibt auch viele so kleine Verbesserungen, die, die ich unbedingt gerne mal erwähnen möchte, wie zum Beispiel, man kann jetzt zum Beispiel in die Mail App gehen. Hier rechts oben öffnen wir einen Mail Entwurf, das kennt ihr bestimmt. Und dann fangt er jetzt an, irgendwas einzutippen, hallo, wie geht's und so weiter. Und, ähm, dann wollt ihr jetzt aber was nachschauen. Also zum Beispiel ich, wenn ich eine E-Mail schreibe und ich beziehe mich auf eine E-Mail von jemand anderem, die nicht unbedingt in dem Mailverlauf ist, dann möchte ich ja nochmal in dem E-Mail-Programm rumschauen. Jetzt war aber immer das Problem, ich klappe hier mal die Tastatur ein, dass diese E-Mail die ganze Zeit im Weg ist. Das geht jetzt ganz einfach, ihr nehmt euch einfach hier diese E-Mail, zieht die hier so runter und dann hängt die hier unten so, ja, seht ihr das so unten in dieser Leiste drin. Und jetzt könnt ihr ganz entspannt hier eben schauen und sehen, ah, ja, 5,5 Zoll hat ja das Display. Dann tippt ihr wieder einmal hier drauf und könnt direkt in der E-Mail weitermachen. Finde ich auch ne ganz tolle Sache. Zusätzlich gibt es auch tolle neue Gesten und zwar könnt ihr ne E-Mail ganz einfach mit nem Wisch nach rechts, zack, ungelesen machen. Dann habt ihr hier die E-Mail ungelesen, nochmal zack, dann ist die gelesen, finde ich ne tolle Sache. Und jetzt ganz toll mit nem Wisch einmal links rüber, löscht ihr die E-Mail, zack, einmal rüber, E-Mail gelöscht, ganz einfache Sache. Die Bildschirmtastatur sind ja einige von euch schon gewöhnt und die hilft uns ja immer ganz gut, Texte hier einzutippen am iPad. Die wurde jetzt aber wirklich grundlegend überarbeitet. Und die Tastatur ist jetzt richtig intelligent geworden und personalisiert. Das heißt, also die weiß jetzt, wie ich schreibe und vor allem macht sie Vorhersagen, weil sie meint zu wissen, was ich schreiben möchte. Ich will jetzt mal sehr geehrte Damen und Herren schreiben, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Sehr. Ah, da schreibt er, hier als nächstes schlägt er schon vor, geehrte. Ja. Damen. Seht ihr, ich muss gar nichts mehr tippen. Und Herren. Ja, wunderbar. Funktioniert einwandfrei. Also hier oben werden jetzt immer so Vorschläge angezeigt und die werden eben angepasst nach dem Schreibstil, mit wem ihr schreibt, also nach der Person, mit der ihr schreibt und vor allem in welcher App ihr schreibt. Also wenn ihr in der Messages App schreibt, dann macht das ein bisschen legerer von der Sprache. Wenn ihr dann aber eine Mail verfasst, so wie hier jetzt, dann passt er automatisch die Sprache ziemlich förmlich an, weil ihr ja natürlich ganz anders mit euren Freunden schreibt, als mit eurem Boss. Ist eine richtig coole Geschichte. Die Nachrichten-App ist auch wirklich deutlich besser geworden. Es gibt viele, viele geile neue Funktionen. Und ich möchte euch mal kurz das Wichtigste zeigen. Wir gehen mal auf die Nachrichten-App. Und zwar eine coole neue Geschichte. Ihr könnt jetzt einfach Audio-Sounds aufnehmen, also einfach eure Stimme aufnehmen, ein Lied im Hintergrund oder einfach mal heftig reinlachen ins Mikrofon oder sonstige lustige Geräusche machen, indem ihr einfach euren Finger hier auf das Mikrofon gedrückt haltet. Und ihr seht jetzt, während ich spreche, jetzt habe ich mal kurz aufgehört, damit ihr es seht, dann ist da eine Pause drin, wird das alles hier aufgenommen. Ich lasse jetzt mal los. So, jetzt könnt ihr euch das mit Play hier einfach mal anhören. Dann könnt ihr es mit X verwerfen und mit diesem Pfeil da oben könnt ihr es direkt in die Gruppe schieben, also schicken. Das heißt also, diesen Sound wird jetzt zum Beispiel hier an die Gruppe mit meinen verschiedenen Freunden verschickt. Ich mache jetzt mal ein X, weil ich das jetzt gerade nicht unbedingt machen möchte. Ich möchte euch nämlich jetzt noch was anderes zeigen. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn ihr Gruppenchats macht, was ich wirklich sehr häufig mache mit meinen verschiedenen Freunden, habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten, diese Gruppenchats noch so ein bisschen zu bearbeiten. Und zwar könnt ihr jetzt hier auf Plus neue Kontakte zur Gruppe hinzufügen. Das ging vorher nicht. Das heißt, man konnte nur einmal am Anfang die Gruppen definieren und dann war fertig. So, da könnt ihr jetzt neue Kontakte hinzufügen. Ihr könnt auch Leute aus der Gruppe löschen, was vorher auch nicht ging. Ihr könnt auch der Gruppe einen Namen geben. Ich gehe hier mal ein bisschen runter. Da könnt ihr der Gruppe jetzt einen Namen geben. Ja, zum Beispiel einen lustigen Namen für euren Freundeskreis. Da stehen dann nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen Namenkürzel sonst in den Chats. Und ihr könnt auch den Standort freigeben, also euren aktuellen Standort freigeben. Einmal einfach so, um zu sagen, hey, hier ist meine Position, kommt da hin. Oder ihr könnt sogar sagen, ich möchte meinen Standort für eine Stunde, einen Tag oder auch sogar länger teilen. Das heißt also, meine Freunde bekommen die Möglichkeit, über Tage oder Wochen oder wie lange ich das eben möchte, zu verfolgen, wo ich mich gerade aufhalte. Und auch eine ganz tolle letzte Geschichte zum Schluss ist, man kann hier jetzt bei jedem Gruppenchat den Nichtstören-Knopf aktivieren und deaktivieren. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, da das manchmal wirklich nerven kann, wenn da alle möglichen Menschen in einem Chat schreiben. Und man dann einfach eine Zeit lang bei Nichtstören seine Ruhe haben kann. Und wenn man dann wieder Zeit hat, kann man das wieder ausschalten und kann sich alles in Ruhe anschauen. Alle Funktionen, die ich jetzt hier angerissen habe, werde ich euch ausführlich in den nächsten Wochen in verschiedenen Videokursen in der Tutorial-App nochmal zeigen. Und zwar geht es dann ganz genau nochmal um die Fotos. Es gibt zum Beispiel auch eine neue Funktion, die heißt Familienfreigabe. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte für Familien. Da können nämlich Familien sich sozusagen über eine Kreditkarte verschiedene Accounts teilen. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass nur einer einmal bezahlen muss und sich bis zu fünf weitere die App dann sozusagen auch holen können, ohne nochmal zu bezahlen. Also eine ganz tolle Sache mit der Familienfreigabe, erkläre ich euch alles noch ausführlich. Jetzt erstmal viel Spaß mit iOS 8, das war es auch schon. Aha!